Wir sind hier in Hochmössingen und gleich geht der Sternlauf zum großen Narrentreffen los. Der Sternlauf ist ein Nachtumzug, bei dem sich die Gruppen sternförmig auf die Erdmitte zubewegen und dann gemeinsam zur Halle zum Feiern ziehen. Leider haben wir heute ein bisschen Nieselregen, aber wir denken, das hält die Narren sicher nicht vom Feiern ab. Hi, und seid ihr motiviert für den Sternlauf? Schon klar. Und was trinken wir bei dem Wetter? Ja, Sekt. Ja, und das hilft? Ja. Ja? Ja. Ich bin heute das erste Mal in Hochmössingen und was erwartet mich hier? Das allergeilste, was er je erleben wird, wird hier heute in Hochmössingen-Stadt uns ganze Woche hin. Es wird mega. Kommt alle vorbei, denn es wird einfach ein großer Spaß für alle, für Groß und Klein. Super! Schade, Freude ist die schönste Freude, oder? Ja, das stimmt. Aber fast, das macht auch Spaß. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Und ihr seid heute zahlreich Vertreter als Musikverein. Ja, genau, kommen wir alle her. Genau, Musik von Klein-Hochmössinger. Und was habt ihr so im Repertoire heute? Auf jeden Fall natürlich der eigene Narrenmarsch und dann die Narrenmarsch der Ringzünfte. Okay. Genau. Und wie geht der Narrenmarsch von Hochmössinger? Wie der geht? Soll ich einen Vorsingen oder soll ich einen Spielen? Also mir wäre beides recht, aber Spielen wäre am schönsten, glaube ich. Wir spielen mal gleich, falls es losgeht. Musik 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 Also der Umzug in Hochmössing ist in vollem Gange, die Stimmung ist super, Robin, wie sieht es bei dir aus? Also Johannes, wie du siehst, bei mir schon die beste Partie hier mit den Haargeminner aus Fischingen. Ist das für den armen Frosch nicht ein bisschen schwer? Nö, nö, es passt schon, es passt. Haben die deine Bäre-Dreiber unter Kontrolle? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also du hast gerade keinen hinter dir und keinen mehr Fahrtier, in dem Fall sind die nicht unter Kontrolle. In dem Fall nicht. Auch nicht schlecht, bist du also ein wilder Bär. Jawohl. Also dann wünsche ich dir noch eine wilde Phase, oder? Danke euch auch. Also bewegt uns jetzt mal Richtung Halle und schaut mal was dort so abgeht. Und wie findet ihr den Umzug bisher? Schön. Gut. Und geht ihr nachher auch noch in die Halle? Mal schauen. Was geht denn in der Halle denn heute so ab? Und wie ist denn so vom Bären hier umgemodelt zu werden? Ganz angenehm. Ganz angenehm. Ach du Scheiße. Also hier wird gerade eifrig versucht, dem Bären die Feder vom Kopf zu schlagen. Eingang. Drehkräftige Schwazwälder. Schwarzwälder. 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 Meere. 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 Was stellt ihr denn da? Ihr seht ein bisschen aus wie ein Alien. Das sind Raupe. Und wo kommt ihr? Ja, triefend nass sind wir jetzt hier im Zelt ankommen, im wunderbar beheizten Zelt und ich würde sagen, ich verschwinde jetzt in der Grotte und trinke.